Ok, ich bin jetzt warm, jetzt mache ich mal ein paar Dubs, ich fange erstmal an mit Standing Cut ab und dann probiere ich mal ein paar neue Kombos zu machen. Heute ist es so mittel von der Power her, an sich geht es aber ich bin noch ein bisschen zure, ich habe gestern Beine trainiert, ich versuche es einfach, let's go! Ich versuche jetzt die Kombos, die ich letztes Mal nicht geschafft habe und zwar 3x Kart Hyperfull zu Cut ab. Ja ok, das kann ich soweit auch vergessen, heute ist einfach gar nicht der Tag zum Pushen, ich habe irgendwie gar keinen Bock zu ballern, so weiß ich nicht, mein Körper ist gar nicht in der Lage heute zu pushen, deswegen mache ich jetzt einfach Chill-Kombos. Malendar piristisch. Malendar piristisch. Malendar piristisch. Untertitelung des ZDF, 2020